Er nimmt alle, die im Chat drin sind, genau. Nastycore, tippe ich, ist hier um vier, aber auch zu anderen Zeiten, weil du es halt draufwasch. He. He. Ich bin so lustig. Ja, wie sieht's aus, Mädels? Jan, du musst meinen PC, Twitch-Account und meinen jetzigen Handy-Account zusammenzählen. Aber Russian, ich kann doch nicht. Ich kann nicht zusammenzählen. Tippe ich da rein. Walla, Mensch. Walla, Walla, Walla. Genau das wird ja verhindert, durch mehrere Accounts irgendwie Geld zu sammeln. Das darf, soll ja.